Es ist amtlich, der Winter ist überstanden und der Frühling hat richtig Lust durchzustarten. Somit ist es höchste Zeit, die Laune deines Nageldesigns der Jahreszeit anzupassen. Eine flatternde Variante dafür zeige ich dir jetzt. Beginne nach der Nagelverlängerung in deiner Wunschform damit, das Jolifin Lavini Grundiergel Ultra Bond auf dem ganzen Nagel aufzutragen. Das ist nach nur 60 Sekunden im Dual UVA LED Lichthärtungsgerät Plus Rosa ausgehärtet. Jetzt modellierst du deinen Aufbau mit dem Fiberglasgel klar. Härte es aus, feile es in Form und entferne den Feilstaub. Nun wird der Shellac Rosy Peach als Fullcover aufgetragen und auch ausgehärtet. Um die Farbintensität zu erhöhen, kannst du das in zwei Schichten tun. Schneide dein Wunschmotiv des 3D Tattoo Wraps Nummer 15 aus und lege es kurz in einem Wasserbad ein, bis es sich von der Trägerfolie lösen lässt. Platziere es jetzt in der Schwitzschicht des Shellacs und schneide gegebenenfalls überstehende Enden mit einer Nagelschere ab. Gebe über dem Nagelbett etwas Fiberglasgel klar auf den Nagel und lege hier ein paar Steinchen aus dem Strassdisplay Rosy & Pink ins feuchte Gel. Das geht besonders gut mit einem Jolifin Diamond Nail Art Pickerstift. Härte auch diese Gelschicht aus und versiegele den Nagel mit dem Versiegelungsgel mit UV-Schutz. Nur noch ein letztes Mal aushärten und die Schwitzschicht mit etwas Glossy Cleaner entfernen. Und schon ist dein Nageldesign mit Frische Kick fertig. Hast du auch Lust, den fröhlichen Flattermann auf deinen Nägeln zu tragen? Dann weißt du jetzt, wie es geht. Schau mal wieder rein, deine Mary.